Hallo Freunde, es ist wieder Larry Zeit. Ja, wir spielen Leisure Sweet Larry. Machen wir mal weiter hier. Wir müssen erstmal schauen. Notizbuch, was wir hier machen müssen. Trampolins, Swingles. Okay, beeindrucken die Leute bei den Swingles. Da gehen wir doch gleich mal hin. Beeindrucken die Leute. Leute, das ist doch nicht so schwer. Sesam... Jetzt können wir endlich mit der Uma reden. Oh, hey, du bist es. Der Junge mit dem großen Kopf. Sieht aus, als wärst du für die erste Runde qualifiziert. Der Wettbewerb hat angefangen, also warum gehst du nicht rüber zum Trampolin? Und versuch dir nicht deinen riesigen Schädel zu spalten. Wir sind nicht gut versichert. Okay, jetzt müssen wir zum Trampolin gehen und dort... Ja. Offenbar, mein Uma, dass du kein fälliger Saftsack bist. Denn hier kommt deine Chance. Besiegt das Baby dort auf dem Trampolin und du gehörst zu den Kandidaten für Swingles. Wenn du es versaust, hast du die Arschkarte gezogen, bis du es richtig machst. Okay, dann probieren wir mal. Links, links, rechts, rechts, links, rechts. Links, links, rechts, rechts, links, rechts. Hoch, hoch, runter, runter, hoch, runter. Hoch, hoch, runter, runter, hoch, runter. hoch rechts hoch rechts hoch rechts runter links runter runter links runter runter links ja genau rechts rechts genau so müssen wir es machen was steht da hinten Mama Bimbo Hiddell House Mama Bimbo ja 20% Selbstvertrauen wunderbar okay das ist ein bisschen leise das wollen wir jetzt mal überspringen schade dass die die Sequenzen waren schon immer leise gewesen ich weiß nicht warum aber die waren schon immer sehr leise ich kann das auch nicht umstellen dass sie halt lauter sind aber ich hoffe da steht kein dass wir das mal überspringen Swingles ist halt so eine Single Agentur okay ihr habt die erste Runde bestanden seid ihr nun bereit für euren eigenen Tisch Fußball leicht beschädigt 40 Euro ruft Clarence an ich hab dir gesagt dass du deine scheiß Kleinanzeigen nicht in meine Moderation mogeln sollst ich war's nicht es ist mit Wachsstift geschrieben und Tisch ist falsch geschrieben meine Bude ist überflutet ich kann nicht in meine Garage ich muss Zeug loswerden los helfen sie mir nur vorlesen nein lies vor verdammte Schlampe Jerry entfern den Mann bitte vom Set nein nein sagen sie wenigstens die Telefonnummer an ja hab ich gerade gehört ihr habt Runde 1 bestanden Glückwunsch hört zu ihr kennt das ganze Jahr bringt uns zwei Beweise der Zuneigung und dann geht's ans Eingemachte was machen sie mit dem Zeug wir geben's meistens Clarence danach willst du nicht wissen was damit passiert ich übrigens auch nicht ok der arme Clarence ok was müssen wir jetzt machen Notizbuch Annalisa chatten Harriet chatten Sanna Looper ok gehen wir erstmal zu Annalisa ich weiß zwar nicht wer Annalisa ist aber du da Melonenkopf wo bleiben deine Beweise der Zuneigung ich wünschte ich hätte etwas Geld ich auch wenn ich Geld hätte wir sind Frauen wir sind stark Gewalt gegen uns die Weltverdauer ja ja komm drüben wir hier ins Gesicht da gehen wir's mit der Harriet die ist hier gerade in der Nähe Harriet genau probieren wir erstmal die ich hab von den Mädchen in den Benz gehört die sollen totale Freaks sein aber paar passende Worte und schon werdet ihr wunderbar zusammen musizieren meine Gefahren ok probieren wir mal oh Hallöchen was ist denn das täuschen mich meine Augen wie schon bei so vielen trans-sexy begabt und möglicherweise oral fixiert passt rein ah mein kleiner Schatz siehst du es lieber auf den ersten Blick na komm her hey 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 also ähm wie geht's denn so ziemlich gut oh man das läuft ja besser als ich gedacht hätte ich muss jetzt hier am Ball bleiben also ähm bist du in der College Band ja ich bin nur Zweitbesetzung aber ich spiele für die Erstbesetzung vor weil Barbara Moses einen Nervenzusammenbruch hatte was daran liegt dass sie eine blöde Schlampe ist mein Bandleiter meint ich könnte morgen während dem Vorprogramm vom Spiel spielen obwohl ich da eigentlich nur Drittbesetzung bin er denkt ich marschiere besser in Formation als Oliver Caffrey der ist schwul aber will's nicht zugeben obwohl die Reihenfolge der Stücke hab ich nicht drauf gehst du hin? Spiel? was für ein Spiel? die Wilhelm Stender Hochschul Hallen Football Spiele du Dummerchen was dachtest du denn? wir haben eine Football Mannschaft? Hallenfootball wie kann man nicht wissen dass wir eine Mannschaft haben? wo bleibt deine Identifikation mit dem College? hast du eine Ahnung wie schwer es ist Mitglied in der Band zu werden? man muss sich jedes Jahr aufs Neue bewerben sowie die Anfänger wir können unseren Platz also jederzeit verlieren es ist als ob man 24 Stunden am Tag in einem verdammten Schnellkochtopf lebt ich hoffe du stirbst und kommst in die Hölle stopp 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 jetzt atme mal tief durch dieses College spielt ja noch nicht mal einen Sexualkundekurs an aber wir haben eine Hallenfootball Mannschaft? Mann dieses College wird von Tag zu Tag asozialer sind wir in der 1. oder in der 2. Liga? du bist lustig du gefällst mir? wirklich? ja dumm Kopf natürlich hier hilf mir mal die Verspannung meiner linken Hand zu lösen und dann gehen wir einen saufen haha schon wieder einen saufen ja natürlich gehen wir jetzt wieder ein bisschen quartern ja das Trinkspiel kennen wir ja schon so jetzt gehen wir einen saufen sie hat die Federhandschuh hingeworfen den Federhandschuh die Leittaste treibt deine Poweranzeige nach oben bevor du zuschlägst drücke Enter um deinen Gegner zu schlagen im Angriff oder Angriffen auszuweichen in der Verteidigung für finden tippst du Enter an oder drück Steuerung drücke Eingabe um vorzufahren ok probieren wir mal oh Mist ha oh Scheiße na sagt man aber nicht du Arschloch nur an die Leiters zu drücken nur an die Leiters zu drücken los Team oh schade los Team Mist Mann das gibt's ja nicht das kann nicht sein sie hat mich noch erwischt hat dich du kleine Ratte gibt's ja nicht ja wohl jawohl 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 jetzt kriegen wir aber die letzte auch noch jahoo das kann nicht sein das kann nicht sein ha 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 ist ja mal leicht vorauszusehen wann sie zuschlägt leiste voll machen eine Leiste voll machen das kann nicht sein das kann nicht sein oh ja oh ja du kleine Schlampe was das ist ja wohl Ha, unerhört. Also mal leicht vorauszusehen, wann sie zuschlägt. Wie jetzt? Was ist da? Das kann doch nicht sein. Die Lachen ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Oh, scheiße. Na. Probier's nochmal. Es geht darum, Spaß zu haben. Nein. Der Wahnsinn. Das ist so einsteckend, die Lache von der. Du machst das gut. Du solltest dich bei unserer Percussion-Abteilung bewerben. Haha. Ich bin ein Natur-Talent. Nein. Gibt's nicht. Scheiß-Kerl. Na. Ist eigentlich so unfreundlich, mein Fräulein. Na, jetzt hab ich zu zeitlich gedrückt. Scheiße. Gleich nochmal. Oh Mist. Äh, dauert viel zu lange das Spiel hier. Oh, Doppel-Talent. Jawohl. So müssen wir's machen. Genauso. Jawohl. Jetzt haben wir's geschafft. Ich hasse dich. Schau mich nicht an. Hahaha. Oh, jetzt haben wir's ein bisschen beleidigt. Naja. Haben wir's ein bisschen beleidigt. Mein Gott. Sieht aus, als ob ich zahle. Wir gehen. So. Haben wir auch das erledigt. So, was jetzt? Notizbuch. Harriet, marschier rüber zum Tanzclub. 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 Wo ist der Tanzclub? Ich dachte, Football spielt man mit einem. Worum geht es denn? 55? Es ist abgeschlossen. Es ist abgeschlossen. Wo ist hier der Tanzclub? Ich will zum Tanzclub. Wohnheimhalle. Müssen wir sicher hier rein. Das ist die Harriet. Sieht ganz anders aus. Das ist der Wahnsinn, wie die Leute mit Computer ganz anders aussehen, als im reellen Leben. Schon Wahnsinn. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt einen Tanzclub finden. Ziehglas. Ziehglas. Luba und Ione. Oh, gib das besser dem rechtmäßigen Besitzer zurück. Der Volkswirtschaft. Hahaha. Du hättest einen Sechser von dem guten Schip nehmen sollen. Oh, was sagt man so zu den hiesigen Sportteams? Wie geht es Ihnen, mein Herr? Okay, hier ist leider nichts zu finden. Also nicht wundern, diese Pupsgeräusche kommen natürlich immer davon, dass ich halt hinter den Reklametafeln meistens was verbürgt. Oh, scheiß der Hund drauf. Ich meine, Entschuldigung, Hand drauf. Was geht ab? Oh, die Existenz. Ja, das sind hinter den meisten Objekten immer so verborgene Münzen verstecken oder sogar Euros. So wie wir gerade gesehen haben bei dem chinesischen Automaten. Da hat sie nämlich einen Euro versteckt. Also nicht wundern, wenn ich zwischendurch mal pupse, da suche ich nämlich nach geheimen Münzen. Nicht wundern. Klingt zwar komisch, ist aber so. So, wo ist jetzt der Tanzclub? Oh ja, Baby. Da zum Beispiel drei geheimen Münzen. Hübsche Straßen. Da jedenfalls nicht. Hey, Kumpel. Es ist abgeschlossen. Abgeschlossen. Okay, aber ich weiß nicht, wo in der Tanzclub ist. Ich habe keine Ahnung. Es ist abgeschlossen. Die Bibliothek. Oh, ich muss noch ein bisschen. Schauen wir noch mal nach. Notizbuch. Machst du hier rüber zum Tanzclub? Komm, wir mal, Annalisa. Schwingen die Hufe zum griechischen Viertel. Okay, dann gehen wir mal zum griechischen Viertel, zu Annalisa. Da ist die Sally May. Die haben wir natürlich schon nichts abgeschlossen, aber vielleicht kommt da noch was von ihr. Irgendwann müssen wir jetzt mal weitermachen mit, wie heißt sie? Annalisa, genau. Die müssen wir jetzt mal ein bisschen anfloppen. Ah, dann ist die Sana. Oh, ja, Baby. Gehst du zum Morgen Tech-Spiel? Ja, diese Typen sind so weit. Mädchenverbindung Eingang. Es ist abgeschlossen. Abgeschlossen. Okay, schauen wir noch mal. Und ein Verbindungshaus? Was wollen? Hey, ähm, läuft hier eine Party? Fünf Euro. Aber du hast gerade eine ganze Gruppe reingelassen und die mussten alle nicht... Zehn Euro. Okay, der Supernaut will natürlich zehn Euro haben. Ich hatte neulich ein Date mit Serge. So, Annalisa, Annalisa. Es ist abgeschlossen. Abgeschlossen. Nein. Ich möchte keinen Rat vom Onkel. Ja, dann gehen wir erstmal zu da... Alle unsere Straßen frei. Dann gehen wir erstmal zu Sana. Harriet müssen wir noch finden. Ich weiß nicht, wo der Tanzclub ist. Na, hast du dich verlaufen? Ich will es nämlich ganz woanders. Hallo. Ich bin erfreut, dich zum Kennenlernen. Ähm, tut mir leid. Was hast du gesagt? Wie ist das? Das, wie ist was? Ich danke Sie sehr. Es geht mich gut. Toll. Das ist toll. Mich nämlich auch. Ja. Sehr gut. So, äh... Kommst du aus der Gegend? Ich bin aus kleines Land. Es ist seltsam und erst weit weg von hier. Oh, ich bin auch für die kleinen Länder. Ich sag immer, es kommt nicht auf die Größe eines Landes an, sondern wie man es benutzt. Ich als Amerikaner kann dir eines sagen. Ich glaube, dein Land sollte endlich zugeben, dass der Mord an Apollo Creed durch Ivan Drago kein Unfall war. Nur dann kann ein Ernährungsprozess beginnen. Bitte. Ihr habt uns vielleicht Anakonikoffer gegeben. Aber um fair zu sein, haben wir euch dafür auch Steffi Graf gegeben. Bitte. Wo seien das, äh, Damentoilette? Oh, Entschuldigung. Das Damentoilette? Ach, die Damentoilette. Ich zeig's dir. Okidoki. Okidoki, Dieter. Das Damentoilette. Perfekt. Haben wir's geschafft, natürlich. Da sind sie! Ausgehe, ausgehe, ausgehe! Was? Was hab ich denn jetzt gemacht? Oh, oh, die Einwanderungsbehörde hat Zanna Studenten... Studentenwisum offenbar nicht genehmigt. Halte die Augen nach ENS-Akten offen, sammle sie und bringe euch beide zum sicheren Ausgang. Iris, stehen bleiben! Beeilen uns schnell! Ja, Absiebezeit! Aua. Ok, das war jetzt... Fehler. Nochmal, natürlich will ich nochmal spielen. Sie beherbergen einen illegalen Ausländer! Stop! Emigration und Rückführungsservice! Das erschrecken! Hilfe! Hilft mir irgendjemand! Diese Frau ist nicht hinreichend... Oh, nee! Freedom Condor hat mir zugeschlagen! Ah, Mist. Ok. Nochmal spielen, komm. Ich kann es mir vorstellen! Er hilft dir zu entkommen! Nah dran! Polizei! Hilfe! Da sind sie! Ach, Gehasen jagen und werde gefressen von Wölfen! Ziel gesichtet! Hilft mir irgendjemand! Drei, vier, ein noch! Nein, ist der letzte! Halt! Mehr vorsichtig sein! Mit diesem leckeren Käse kann man Ast reinfäden! Ich habe sie in Sichtweite! Perfekt! Perfekt, jetzt haben wir es geschafft! Na Gott sei Dank! Ach, jetzt haben wir es geschafft! Da ist sie wieder, die Ione! Ja, jetzt haben wir es geschafft und wir schauen mal, wie es weitergeht! Sie sieht aus, als hätten diese INS-Schläger sie aus der Fassung gebracht, wo sie wohin gelaufen sind, Mark! Ja, wo sie hingelaufen ist und wie es mit Harriet weitergeht, wir haben in der nächsten Folge gesehen, Freunde! Wie ich sage, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal! Ciao, haut rein!